Bisher bei The Forest. Au, 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 au. Ich komme mir gerade vor wie in Lost. Ich musste die Zeit zurückdrehen. Nur weil ich beim ersten Mal irgendwas falsch gemacht habe. Ich glaube, ich habe irgendeinen von uns getötet. Das Boot. Also ich würde sagen, da ist ein Boot und wir sind gestrandet. Ja, das sehe ich auch. Das ist die erste Attention, würde ich sagen. Da unten. Nee. Ey, das ist eine verbrannte Leiche, die hier liegt. Das ist eine fucking verbrannte Leiche, die hier liegt. Sehr viele buntfarbene Koffer. Was ist hier passiert? Ich habe ein Kassettentape mitgenommen. Er wurde hier begraben. Es gibt einen Toten und noch einen Toten. Er hat seinen Partner verloren, ich weiß es nicht. Und hat sich dann selbst in sein Bett gelegt und es vielleicht einfach nur vergammelt. Und deswegen ist es... Was ist der Stein? Ist es der Knochen schwarz? Das macht keinen Sinn. Warum ist der Knochen schwarz? Was ist da hinten? Siehst du das? Da sind zwei Leute. Hörst du das? Ja. Lachen. Soll ich mit ihnen sprechen? Was, wenn sie schlafen? Was, wenn sie schlafen? Irgendwie gruselig. Sollen wir irgendwas mit ihnen machen? Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich wäre jetzt ein Stein auf den, okay? Loll. Was? Oh mein Gott. Ist der tot? Ich habe keine Ahnung. Wollte ich gar nicht. Wir machen eine Wasserbestattung. Ja. Wir sind Christen. Wir müssen sowas tun. Schnell geh. 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 Weg hier. Geh. 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 Ein Aussichtskurpturm, aber ein ziemlich primitiver. Äh, wie viele Flaschen fallen denn da runter? Ich hab keine Ahnung. Aber irgendwie hab ich ein Déjà-vu, als wäre hier mal irgendwas passiert, wobei nicht. Okay, ich dachte, ich kann ins Wasser springen. Ich glaub' mir, wie man hier hochkommt. Mit E. Ah, richtig. Ja, da hinten guckt unser Flugzeug aus dem Wald, also nicht wundern. Das ist da, wo wir vorhin untergekommen sind, weil wir einen Neustart hin mussten. Echt. Vielleicht hätt' ich auch mit der anderen, mit der größeren Axt auf das Teil einschlagen sollen. Auf das, äh, auf das, äh, Räh, Viech. Wär ne Idee gewesen. Du schlägst natürlich langsamer mit. Da ist ein Container. Déjà-vu um Déjà-vu. Ist das ein Baum? Doch, wir kamen damals schon hier raus. Ich hab' auch. Im Traum. Ich hab' auch was. Ah, ja. Ja, ist ein kaputtes Ruderboot. Das sind Schildkröten wieder. Die teilweise auch schwimmen, teilweise kriechen sie. Was hast du vor? Weiß ich nicht. Ist das ein Tier? Ja. Das ist ein Koffer zum Fick nur eins. Ich dachte, das ist wie ein Tier oder so. War nur ein Koffer. Hm. Ich muss was essen. Hast du was zu essen? Äh. Ja, ich hab' Fleisch. Wie kann man nochmal... Wie kann man das Crafting Book? Ja, you're dying and thirsty. Okay, ich sollte vielleicht auch was trinken. Sag mal, welche Hotkeys nochmal fürs Buch? Äh. B? E? B. B. Nein, jetzt hab' ich P gemacht. Mocke! Wir machen einen Basis. Hä? Hä? Okay. Geht die Musik jetzt wieder aus? Danke. Mein Gott. Weiß der Teufel, warum das jetzt so war. Ich könnte auch was rauchtun. Mach das. Fress dich voll. Wo wir jetzt grad hier sind. Kann man das ja nutzen, ne? Dass der grad Feuer an ist. Das ist ein Lizard. Maaain! Okay. Okay, es brennt. Ich mein, wir können auch Snickers essen. So ist es ja nicht, aber... Ich hab doch jetzt nen Snickers. Ich hab doch jetzt nen Snickers. Sein Snickers. Ah. Kannst schon wieder nicht essen. Ich hab's für dich getan. Hä? Hä? Das mach ich automatisch. Ich mach automatisch meinen Kassettenrekorder an, wenn ich was gegessen hab. So nach der Wiese. Yo. Hast du gut gemacht, Jakob. Bejubel dich selbst. Ich seh's mal. Hör jetzt nur Musik. Pusten. Hallo, ich will doch nur essen. Wir müssen weiter weg, dann klappt's vielleicht. Ja. So. Spaß ist vorbei. Ist ja schon wieder so nen Totenschädelteil. Oh, das macht Geräusche. Machte Geräusche. Hm. Sahara. Sahara steht da drauf. Therapeutics. Sahara Therapeutics. Schon wieder so ein Teil. Was ist denn los, ey? Ich bin ein konservativer Typ. Ich dulde nicht eure komischen Clans hier. Deswegen hacke ich sie jedes Mal ab, wenn ich sie sehe. Es ist natürlich nachteilig, dass all das passiert, was schon mal im Traum passiert ist. Hallo? Hallo? Es geht gar nicht. Es sind nur die kleinen. Du siegst immer ein Stück weiter ein, ey. Ey, können wir Flaschen mit? Na ja, okay. Ich bin voll mit Flaschen. Ich auch. Braucht man diese... Hier ist Glas. Ja, hier ist ein Zettel. Mainboards. Hier drauf. Ich will auch lesen. Aha. Eine Inventurliste? Ja, ja, genau. Ich lass ihn jeden gucken und gucken, ob da irgendwas sein könnte. Was? Nein, das sieht schlecht aus. Nein, das sieht schlecht aus. Ach was. Nein, sogar dafür bin ich zu voll. Bin ich Geld. Das sind welche? Was? Ich seh sie da hinten, wie sie geduckt hochlaufen. Von den Leuten, wo wir grad zwei getötet haben. Äh... Wie getötet? Zur Sicherheit nehm ich mal lieber die Axt jetzt. Und da. Nochmal zwei Wachtümmel. Jetzt hab ich wirklich ein Déjà-vu. Ist das nicht auch der Weg, wo wir im Traum draufgeklettert sind? Anscheinend. Weiß es nicht. Irgendein Grund bin ich gerade rausgetappt. Aus deinem Leben, ey. Ja. Ja. Das sind Baumstämme. Also hier sind die grad hochgelaufen. Bist du immer noch? Bist du wieder da? Ja. Ja. Ups. Sie sind hier grad den Berg hochrichtung weit gelaufen. Vielleicht waren sie ja auf ihren Aus... ...Guck... ...Pfosten... ...oder ne Ahnung. ...den wir nicht im Traum genau hier angegriffen wollen in der Nacht. Du hast recht. Ich erinnere mich noch genau. Wir fahren hier drauf. Da kommt man schon das letzte Mal ziemlich scheiße rauf hier. Ja. Oh mein Gott! Alter. Das hat grad draußen... Ist es hier im Spiel, oder ist es draußen? Das ist im Spiel. Die sagt... Alter, hab ich mich erschreckt, ey. Bullshit. Boah, was soll das für ein Donner? Ja, dass so ein Wetter mal so ganz schnell umspringen kann, das ähm... Oh mein Gott. Ich hab mich grad wirklich krass erschreckt. Da ist schon wieder jemand. Da sind schon wieder welche. Diesmal laufen sie aber hin und her. Wie die Wilden. Jedes Mal. Wie im Traum. Im Traum... ...hatten wir die genialen... ...die Molotow-Cocktails auf die zu werfen. Sollten wir das vielleicht wieder tun. So ein Traum, wo man ihm alles sagen kann. Ja, aber ich weiß nicht mehr, ob das gut funktioniert hat. Warte, ich hab hier nen Ball. Wo sind sie hin? Die werden sterben, die Jungs, so! Ich glaub, ich brauch nicht mal nen Stein, nicht mehr, aber ich brauch nen Tennisball. Warte, ich kann ihn dir vielleicht zuschmeißen. Ich wär noch nie ein guter Werfer. Okay, die scheint weg zu sein. Boah, das ist nicht so schön, das Wetter. Das stimmt. Guck mal, das... Es ist nicht bald auch Nacht. Demnächst, ja, die Sonne ist schon so ein bisschen... ...mal 16 Minuten. Wie lang geht der Tag? Zehn Minuten? Doch, I remember, I remember. Müsste nicht auch der Ort kommen, wo da die Alligatoren waren? Ja. Da ist es richtig. Da hinten ist ein Haus oder so. Zivilisation? Ja. Lass uns gucken, vielleicht sind es gute Menschen. Ja. Vielleicht können sie uns erklären, was zum Fick hier los ist. Vielleicht haben sie ein Telefon. Oh mein Gott. Vielleicht haben sie Netflix. Hinter uns. Vielleicht haben sie Wasser. Äh, oi. Was ist los mit dir? Was ist dein Problem? Lol. Du bist aber aggressiv denen gegenüber, ey. Okay, das ist wie so ein Wilder Typ, ey. Mach ruhig weiter, mach ruhig weiter. Hört mal stehen. Da ist noch einer, oder? Echt? Ja. Oh ja. Oh ja. Kommt jetzt. Wir haben deinen Freund gekehlt, Junge. Was willst du, hä? Boom. Sätze Zweit, du Bastard. Was willst du tun? Weißt du, aber manchen musst du ein richtiges Axtmassaker machen. Aber manchen recht einfach nur einen scheiß Stein. Und ja. Ah, ich bin blutig. Hier. Wir haben Spaß, wir haben Spaß. Kein Plan, warum ich das gerade mache. Habe ich gerade den Kopf angesammelt. Tatsache. Ich muss mich kurz im Wasser baden. Hä? Ich will wechseln mal wieder kriechen mit laufen. So. Da ist noch jemand. Hier sind Zelte. Das bist du. Wie der läuft. Hier sind Zelte. Vielleicht doch der von diesen komischen Eingeborenen. Das ist ne Falle. Ja, oh, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich dachte, ich könnte die irgendwie aufsammeln oder so. Ah, hier kann ich speichern. Echt? Ja. Oh ja, Zelte. Solche meinst du? Wir haben ein richtiges Zeltlager. Hier sind ja richtig viele Zelte. Ähm, C. Wollen wir schlafen in der Nacht? Äh, ich weiß nicht, ob ich mich hier so wohlfühle. Äh, das ist ja gar nicht so schön. Okay, wir haben jetzt zwei Optionen. Wir schauen uns zuerst dieses komisch eingeborene Dorf ein. Oder die Zivilisation und die Zelte. Hier liegen Leichen. Was? Hier liegen Leichen. Totenköpfe. Ja, auf dem Boden, hier. Bin ich grad behindert? Wieso? Sie können Leichen. Hier. Hörst du nicht die ganzen... ...Piecher, die hier rumfliegen? Nee. Direkt unter deinen Füßen. Und einfach Leichen. Bei mir nicht. Aber ich höre jetzt, sie fliegen, ja. Aber... Ich sehe keine Leichen. Hier sind... ...da Totenköpfe. Ja, guck. Direkt wo ich stehe. Nee, Fels. Reiner Fels. Hm. Für mich sind da Leichen. Drei Stück. Hier sind Seile. Echt ein Totenkopf. Wieder ein ganzes... Volk ausgerottet, oder so. Scheint. Hier scheinen echt mehr Leute unterwegs gewesen zu sein. Ja, die Gegner sind ja noch viel mehr da unten. Sicher, dass wir hier nicht schlafen wollen? Doch, lass mal. Oh, ich hab gerade das falsche Zelt ausgesucht. Wir müssen ja im gleichen schlafen. Wir sind ja ein Pärchen. Erst noch mal drücken. Ja. Oh, Joshua! Boah. Ist auch gespeichert automatisch? Ich mach nochmal. Jetzt auch zu Sicherheit. Einmal, weil ich's kann. Äh. Laufen, ne? Ja, ich frage jetzt. Gehen wir jetzt weiter am See und dahin, wo unser Traum uns hingeführt hat? Oder machen wir etwas komplett Neues? Aufregendes? Keine Ahnung. Auch nicht. Hier ist ein See. Ja. Vielleicht sollten wir das in der nächsten... Folge. In der nächsten Folge meinst du weiter... Folge. Ausfinden. Das ist, äh, eine... Gute Idee. Wie soll ich denn jetzt einen spannenden Cut machen, ey? Toll! Da hinten ist aber noch ein Zelt, das können wir uns nochmal flott anschauen. Hä? Hier ist die Höhle. Hier ist ne fucking Höhle. Hörst du was? Irgendwas ist hier. Ich hör was. Hier, ich... Ich hab' da rein... Ich hab' da rein... Ist nicht... Da, da ist einer. Wo oben? Ja. Ist wieder weg. Ich bin gerade runter, ey. Er ist wieder weggegangen. Homme? Ich hab' halt kaum was getrunken und kaum was gegessen. Sonst fahren wir hier wirklich runter? Schatz? Ich weiß es nicht. Ah, du ziehst mich runter! Ganz tief runter. Ich runter? Ne, du drückst mich weiter nach unten. Oh, sorry. Das geht richtig tief runter. Überhaupt das Gefühl? Kommen wir überhaupt wieder hoch? Die Kraft dazu? Das ist die Frage. Hier wieder so viele toten Köpfe. Bitte einen Snickers und eine Sodatrinken. Dankeschön. Und dann noch einen Snickers und äh... Okay, das Essen, was das Fleischhausgarten ist mittlerweile... ... verrottet. Ich hab' das Gefühl, wir dürften hier nicht sein. Oh. Hier geht's nochmal tiefer runter. Haben wir einen Stein hier irgendwo? Kann man nicht den Totenkopf schmeißen? Ich glaub' da muss ich noch mehr Skillpunkte in Taktgefühl verteilen, damit ich Totenköpfe schmeißen kann. Bislang reicht's nur für Tennis, bitte. Da unten ist aber Licht. Ja, das Wasser oder so. So runter? Mich interessiert, was da unten ist. Wasser. Scheint. Noch tiefer hier. Kommen wir auf der anderen Seite wieder raus, aus dem Planeten. Vielleicht sind wir dann in Europa. Gute Idee. Was man nicht sehen kann, wo man hinläuft, ist immer ein bisschen nervig. Okay, hier ist ein See. Mal trinken? Ich glaub' man kann da durchtauchen. Oder? Ja. Ja. Das Licht? Ja. Ich komm' mir doch nicht durch. Hilfe. Da trinke ich? Hier wieder oben. Okay, warte, dass von da kommen wir? Da hab' ich auch Licht gesehen. Hier. Ich kann aber auch nichts sehen. Ich bin auch nicht durch. Hm. Hier. Hier. Oder? Hier. Hier. Gott, das direkt ist... Oha ja. Ohaha. Höp ya! Oh Gott! Doch, das geht' eu da durch. Echt? Ja, ich glaube. Ich meine, jetzt sind wir wieder da, wo wir oh wei gerade eben waren, das weißt Ja, ich bin zurückgeschraubt. Ich habe Angst, dass ich ertrinken würde. Ich bin auf der anderen Seite, oder? Ja. Es ist ganz schön kalt. Geht es da noch tiefer runter? Was ist das da unten? Guck dir das an. Ich weiß es nicht. Sieht aus wie... irgendwelche... Oh mein Gott, was war das gerade? Warte, warte, warte. Ich muss erst mal was essen. Was machen wir jetzt? Alter! Aha! Was war das? Hast du es auch gespürt? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Was passiert hier? What the fuck? Ich ziehe aus vielen Missgeburten. Oh Leute, ich habe mich nicht angezündet. Das ist ganz schön kalt. Mhm. Okay, vielleicht sollten wir abhauen. Das abhauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und der Weg? Ich kann gar nichts sehen. Ja, du kommst raus. Das war richtig weird ey. What the fuck? Vielleicht können wir ja später nochmal wiederkommen. Jaaa... Ich will erstmal weiter... ...irgendwas... Nein, nicht weiter. Ich brauche einfach ein Leiter. Ja. Nach irgendwas, was ich auch nicht... Ausrüstung... Ja. Rein zuhause... Irgendwas, wo wir regelmäßig unterkommen können. Ich höre da was. Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Schreie oder irgendwelche Rufe. Vielleicht war ich das. Ja. Jetzt hätten hier Menschen gefangen gehalten. Echt seltsam. Ich glaube es ist das Licht. Ich hoffe es ist gerade wirklich dran. Vielleicht ist auch noch Nacht. Es ist locker Nacht. Ich habe gerade jetzt gepennt. Mit einem Arm sich hier hoch zu ziehen. Respekt. Nicht schlecht, ne? Den Bizeps hätte ich gerne. Oben. Und das letzte Stück! Ah! Okay, Leiter aus. Kann man hier pennen? Ne. Das hält sich zerrissen aus. Tja. Ich würde sagen gehen wir speichern. Ja. Oh mein Gott, was ist das? Deja vu. Jetzt habe ich ein riesiges Deja vu. In meinem Traum? Guck mal das Re hat uns zu... Was ist das geführt? What the fuck? Ich will hier nicht runter. Was? Definitiv nicht. Was ist das? Ist das ein riesiger Einschlagkrater? Und ein UFO abgestürzt. Wodurch irgendein Virus aus dem Weltall runter gekommen ist und die ganzen Menschen hier zu wilden, kranken Wesen gemacht hat? Hier gibt es kein Seil, ne? Ne. Oh man. Vielleicht kommen wir irgendwann durch das Höhlen-System dorthin. Vielleicht. Weil da unten ist was. Ist das wie ne Feuerstelle oder so? Wenn wir jetzt hier runterfallen, dann sterben wir. Also von daher. Ja. Können wir nicht runter. Hier ist ein See. Vielleicht der, den wir vorhin gesehen hatten? Der, wo man... Kann man trinken. Süßwassersee. Kann man nicht trinken. Stimmt, ich kann auch nicht trinken. Wovon denn die Zelte, wo wir gerade eben waren? Sind die mich falsch abgebogen? Ja, die waren woanders. Ah, ich seh das Zelte hinten wieder. Okay. Lass uns dort hingehen und erstmal etwas rasten. Diese Höhle ist creepy. Ach. Wo waren die denn? Ach da. Puh. Mein Puls fährt langsam wieder runter. Da ist schon wieder ein Mensch. Oh mein Gott. Weinstück. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier wollen wir schlafen. Okay, okay. Fuck, fuck. Alles gut? Alles gut? Von hinten kommt nicht noch einer. Die ist noch krank. Oh, Leute. Gehst du auf mich, du Bastard? Ja, was stimmt mit denen nicht? Das ist noch krank. Nur weil du den Stein geworfen hast, Joshua. Ich hab's ihr immer wieder gesagt. Sei lieb zu Fremden. Ich wollte sie doch nicht töten. Ja, speichern wir hier. Ja. Das ist gar nicht mehr. Ich bin tot. Ich habe viel Spaß уже Horst. Be